Die Aussicht brauche ich im Flieger, wird ja wahrscheinlich so sein, auf irgendeinem random Hinterkopf. Deswegen habe ich die perfekte Ablenkung. Ihr braucht dafür nur ein Papier und einen Stift und das haltet ihr jetzt so an den Hinterkopf. Ich habe natürlich jetzt hier kein richtiges Flugzeug, aber ich hoffe, ihr könnt es euch vorstellen. Jetzt malt ihr irgendwas Witziges und wer zuerst lacht, hat verloren.